Und siebtes Mal in Folge, nicht Bombe bereicht sich schon bei Grenze, ja super und damit toll oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Zum ersten Mal nicht Bombe. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Ich habe ein neues Magazin! Hand gesichert! Böses Auge eingesetzt! Böses Auge im Patrouillen! Nur noch 10 Sekunden. Ich habe ein Nestchen platziert. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Stacheldraht bereit! Eine stachelige Angelegenheit! EMP-Mann haben sie. Schießt aktiv! Füllt den Magneten aus unserem Trickspringer! Magneten einsatzbereit! Ach, schief ist schon jemand drin. Ich lade jetzt nach! Magneten angesetzt! Lade neues Magazin! Ich lade nach! Ich habe ein Nestchen platziert! Ich lade vorher raus! Der Gegner versucht nicht mehr, die Gefahrgutbehälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Den Bio-Gefahrgutbehälter beschützen. Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Verlager unsere Verteidigung. Magnet bereit! Das war eine Schnitt! Das wird ein Berucketger! Sag Nassist! Untertitelung. BR 2018 Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ich mach die Luke zu. Die Drohne der Gegner ist im Ausbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner ist im Ausbehälter lokalisiert. Böses Auge auf Patrouille. Beheite willkommen, Platz vor. Bauen! Bauen! Pausenraumfenster, oben ist jemand. Magazinwechsel! Ich glaube eine Willkommensme hat das irgendwo ausgelöst. Kapital haben sie noch. Aus Treppe ist jemand, Gerd. Klo ist auch jemand. Oh nein. Noch eine. Was ist denn das? Mein Gott, warum? Was ist? Wie? Sie können so schnell wegrauben, Alter. Das ist klar, ey. Und die Granate macht nichts einfach, ey. Das ist logisch, ey. Mann! Das kann's doch nicht mehr sein! Ich begreif' das nicht, ey. Ein Gegner verbleibt. Ein Operator des eigenen Todes verbleibt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Ein Arm reicht nicht zum sichern. Was ist weg. So, den Bio-Befahrgutbehälter lokalisieren. Die Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert. Die Bio-Befahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Okay. 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 Muss er den jetzt unbedingt markieren. Was war denn das? Puh! Nur noch ein Gegner übrig. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Oh Mann, wieso ist denn da schon wieder außen alles? Mann, ey. Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Welche Idioten müssen alles aufmachen, ey. Der Behälter ist sicher. 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 Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh. Oh, gut. Der nimmt ihn wieder weg. Oh. Schwein gehabt. So. Hahaha. Der Behälter ist sicher. Der Behälter ist sicher. Der Behälter ist sicher. Der Behälter ist sicher. Ich kann das macheln. Genau. wir stellen auch oben über der waschküche ja ich weiß länder verbleibender gegner ja 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Klingt wie Schlafszene. Da sind auch mehrere unterwegs. Ja, Schlafszene. Ja, komm, spiel. Ach, die Bomben darf man nicht sehen. Okay. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ich gehe voraus. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Heimat C4 weniger. Die Drohne ist aktiviert. Keine. Er ist ein Schock. Das klingt wie jemand. Waschküche. Oryx, habe ich Waschküche. Oh, war mei. Die Bombe wurde lokalisiert. Zwei. Das klingt wie Schlaf. Ja. Bumpe. Das klingt wie Schlaf. Ich muss da bleiben. 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 Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Ich muss da bleiben. Beim alten Turm ist jemand? Ich muss da bleiben. 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 Ich muss da bleiben.